so fängt gerade an zu regnen an total also ich bin jetzt wieder hier bei der generation 0 und zwar hier oben an dieser brücke ich war ja letztes mal zurückgelaufen hier runter zum unter schlupf habe meine sachen noch abgelegt und so weiter und dann bin ich wieder hochgelaufen ich wollte eigentlich mit dem fahrrad fahren das habe ich jetzt abgelegt und da steht da jetzt rum und ich habe oben noch mal geguckt da steht da dran hat der feldzugplan bunkert sorka so und habe mich noch ein bisschen umgesehen und gekocht ja vielleicht könnte das auch irgendwo sein dann habe ich das noch mal gesehen und dann steht hier ist auch noch mal dran feldzugplan bunker sorken habe ich mir gedacht okay gut dann ist ja jeder bunker sein oder auf jeden fall hier oben irgendwo oder da keine ahnung auf jeden fall bin ich jetzt hier vorgelaufen und ja jetzt gehe ich über die brücke und hier sieht es auch noch aus als wenn ihr jede menge häuser und so weiter und da unten da und hier sind echt viele häuser da guckte das man hier wie viele gebäude hier sind na gut ich bin jetzt hinter der brücke da mal hier rechts ab und dann gucke ich mal auskampf ich war noch gar nicht im kampf drin was ja hier so ist es regnet gut schlecht war da hätten gerade einer der mit ankamen sieht ein bisschen wie schnee ring aus sammeln gegen stand aufgehoben was weitere okay ich habe da jetzt was aufgesammeln mir führt er ja noch ein sonnen ding aber ich habe von mir was aufgesammelt was ich konnte ich gesehen naja gut was auch immer die sammeln konnte ich habe es jetzt sowieso nicht irgendwie vergrößern oder sowas solche sind alte säcke so wie ich einer bin hier steht dran haka button und ein haka oder haka hier kann ich auch mein fahrrad wieder und das ist doch schön so steht es denn da wie kommst du denn hier das ist doch einmal kurz um zu reden ach ja ich war so gerne so dann wie ich mal hier recht ab da sind häuser ja wohl ich war ja ganz schnell mit dem rad und aber ja die kurve mit dem rad so hat diese folge nach oder so ähnlich und wieder 100 punkte so bremse die folge nehme ich heute auf am sechsten ersten und es ist zwei uhr neunzehn so ich würde mal ja ok dann lasse ich mal hier rein was haben wir hier fall der für eine flinte die brauche ich nicht augenklappe toll lederschuhe text nein brauche ich nicht damit kann ich nicht ballern ok das ist ein haus sind noch andere sachen warum liegt jetzt froh man überall den dürft ihr nicht gesehen haben ringe ich brauche keine ringe ja da kann man nix aufmachen ok wo ist denn das große vieh da läuft eins moment lass mich hier rein ähm notsignalfackel ich hab noch genug so viel gewalt echt nehm die mal mit habe ich denn was hier unten ich hab einmal das ding ich hab einmal das ding jetzt da reingepackt ok kaliber 12 und 234 jawohl ja geh weg da der ist angeblich schwer aber nur gut ich hab ja die da die da und ja ähm die 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 ja das war ganz toll ich dachte dass man richtig vom sonntest er damit zu jeder war ja das hat sich ja mal richtig gelohnt eben nicht haha die kleinen die kleine moment so ist hier vielleicht irgendwas gut die kleine ist hochgegangen warum ging ich klein immer und selber hoch wie ein paar sekunden lang nicht gesehen haben haben wir dann können wir uns mal sagen sich abkommt weiß auch oder wie ich weiß es nicht ich bin keine so kleine elektro spinne hier hallo da was drin ja streu äh streu heu und stro zusammen streu 7 6 so ne was habe ich nicht warum regnet das hier komme ich hoch so was haben wir denn hier oben erstmal die grüne holzkiste ich habe gesagt eine metallkiste ok sonst ist ja nichts wo läuft den acht tal auf die maschine lang hier kann ich leider nicht uah da ist auch noch einer ok aber hier kann ich ja runter aber da steht die maschine jetzt mal kurz verstecken dann kommt ja nicht rein ja das ist natürlich Okay, die Einnahmefühne geht da rum. Ja, das mögt ihr gar nicht, wenn man da von hinten kommt. Oh, die hast du schon hingehörig, die Maschine. Okay, mit einem Fuß. Das ist aber mal Zugang. Genau hier, für den Bunker. Mehr denn, wieder in einem anderen Bunker. Ja, drei Maschinen, eine habe ich. Buh, dieser Teil war öffnet. Aua, Aua, Mist. Ja. Wie haut er mich von da an? Ja. 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 Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja, der sieht mich nicht, der hört mich nicht und immer guckt er dann genau dahin, wo ich gerade bin. schon mal hier bin ich nicht ja nicht. Haller, die Leute. Ähm, ich habe keine Minen, ich bin da hingelägt und dann, äh, okay. Okay, au 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 okay. Ja. Okay. Das ist eine Maschine. Die kleine Spinne. So, hat sich ausgetickt. Schick. Okay, wie viel hat er denn noch? 80. Äh, wo ist jetzt da? Ähm. 70. Von 80 auf 70. 10%. Äh. Aua. Ja, wie geil. Das ist doch wohl nicht wahr. So. Kommen wir von unten da hochgesprungen, natürlich. Noch mal zwei essen. Jetzt gehe ich auch wieder ganz leise. Ja. So. Mal sehen. Guck der eine mich hier an. Ja, natürlich. Aua. Boah. Der springt hier an, ey. Das ist doch wohl nicht wahr. Wieso wird jetzt kein Nicke oder was? Okay, Moment. Okay, Moment. Aua, au au au. Ah, ja, ey. Das gibt's doch nicht, Mann. Was ist nur mit euch los? Okay. Äh. Anders. So, Moment. So, Moment. So, hier bei dem, genau bei dem Briefkasten hier. So. Einmal Musik ablegen. Und dann schnell rein hier. So. 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 Komm, lauf da hin. Hm. Der siehst mich da hinlaufen, das gibt's auch nicht. Hör mal auf. Blenden, Mensch. So, was hat er denn? Noch mal zu. ganz gut ja wohl für den punkt kamen maren oder so ähnlich ich weiß nicht für welche waffe ich das jetzt hier gebrauchen kann ja gut ok und es hat ums kümmer nein auch wieder so was noch ein kopf noch im kopf noch ein Ei und alles ist dabei äh ach logbuch 1 2 3 ähm da habe ich drei genau hier habe ich auch drei zurück nach dem kommandobunker im in der waldregion maren und so wo ist er denn also den hier oben habe ich vorhin gefunden wo ist er denn also nicht gefunden aber ich hier ist sorg Bunker die Dingsaufgabe und hier unten ist mein Fahrrad da ist die die Siedlung ja da muss ich noch weitergucken ok da muss ich noch weitergucken ähm also zum Waffe war noch gar nicht im Haus und in der Garage war ich noch nicht und hier dürfte er auch noch nicht gewesen sein ok da ist dich hm ok aber das rote muss doch gehen ja so guck die guck einfaches Midi Dings Bumsie äh Kaliber 12 ok schlüssel erforderlich nur toll wo soll ich den jetzt hier bekommen wer hat denn hier im schlüssel sagen wir gibt es doch kein bauer oder sowas na toll keine ahnung wo der bauer ist oder was auch immer wo der flüssel sein soll oder haben wir einen zufällig hier im blumenkasten benutzen ah äh finde heraus was im hangar energie abzappt ja ja das ist jetzt da oben minken ich finde mal was für andere sachen wo ich doch noch gar nicht äh naja ok guten tag ich komme rein äh was ist das kann ich nichts mit anfangen ne na gut quale äh heute sehen sie das testbild zum sonntag äh oder so feuerwerkskörper nö das mal das ne dings autobahn ne ich habe ja gar kein auto äh ok dann gehe ich mal nach oben ok dann gehe ich mal nach oben auch nix auch nix und so weiter ja immer stehen so sachen dran wie ehren ist menschlich versuch der findet und so weiter ja wo ich einmal mal so ein schöner satz wie bumsende schön oder was weiß ich hier ja okidoki jetzt bin ich hier mal gucken wo ähm karte 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 ok hier weiter runter da mal gucken hier geht nicht ok dann hier runter wegpunkt setzen so hinter dieses haus geht es weiter das ein blaues ich glaube da war ich noch nicht wer wohnt denn hier erikson ok oder hat ihr gewohnt gerade gut hier war ich von ok wo war ich jetzt noch nicht das ist die frage ich glaube hier ist eine doppeltür da ist noch alles zu dann war ich da noch nicht sonst wäre die tür ja offen meine meinung immer mit der ruhe genau ich mache hier alles schön mit der ruhe ach guck mal mensch ärgere dich nicht hm 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 jede menge bücher hier ist ein pc genau komodo so omega 120 ram die dann eine gute stereonlage ist hier doppelkassetten mit platten spieler und so weiter ein sehr merkwürdiger spiegel da geht es wieder raus und es regnet dann bleibe ich lieber im trockenen hier ist ein kleines esszimmer oder so da kannst du dann beim essen früh nach draußen gucken mal so eine treppe eine tür an der treppe ok was haben wir denn hier ein feuerwerks körper das war nix dahinter ist auch nix 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 da hinten ist auch nix in der wand ist sie auch nix also nur zeitung und klopapier hm karten und ein buch und buch und kaffee nix ok dann geht hier wieder raus ähm hm hm so jetzt ist hier offen hier ist noch zu woher bilder nein das ist nur einmal gut der die das hast du ja heute nicht hier so eine schöne wohnecke da kann man gut wohnen auch hier ähm brauche ich nicht und eine antenne hatte ich mal wieder eingeschaltet hier ok hier ist eine lange straße ich fange mal da unten an mit dem haus so hier ist eine kleine tick zu hören die gleich ausgetickt und ach da ist keine motion drin ok na gut dann weiter lange besucht ich selbst hochgegangen so so du hast mich nicht gesehen wo ich hingegangen bin ja bang auskampf geflohen naja ich bin nicht geflohen bin abgauern äh also hihihi 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 da ist nix hier ist auch mal wieder nix 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 hm tja äh hier ist ein zimmer da ist ein zimmer moment moment hihihi 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 so eng ok jetzt kann ich heute mal gucken hier ist auch ein bad im bad und wc ist alles ok gibt es hier was nein schade kein auftrag hier geht es wieder nach draußen äh da ist noch eine tür nein das ist die äh grüne stühle wer sucht der finden ja was denn was findet man denn tja hier ist ein fernseher da läuft auch nur testbild ich glaube schweden hat keine filme oder sowas die zeigt nur testbild den ganzen tag zwei drei jawohl das ist doch schön und wieder mehr munition hier für mich und meine waffen so dann kriege ich ihn hoch dieses ding ähm was haben wir denn hier 9 mm nein äh das erste hilfe paket nehme ich mit hier ist die tür die machen wir auf ok so das war das hier warte mal das noch äh ja lecker 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 moni 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 ah äh ne lass mal ok hier geht es nicht runter ne zum bunker haha ok dann hier wieder hub auf die straße so gucken ob hier kein auto kommt nein ähm ich weiß es gar nicht hier einfach die linke seite mal versuchen oder waren wir davon linke seite jetzt ist hier schon wieder irgendwie zu pink rock nein ach gott ähm wo war hier von keine ahnung ne hier ist eine maschine eine kleine aber hier merkwürdig ähm schau hier nichts ich habe nichts für meine das ist ja merkwürdig ich war ja mal habe ich das nicht ausgewählt mal äh ich habe nur zwölf und das andere hm ich meine die Waffe habe ich nichts ok für meine vierundfässige habe ich im Moment nichts gut hoppala hoppala äh äh oh kuckkuck ja ok die von hoch ach da kommt eine drohne kommt eine drohne geflogen bin der meinung hier war ich eigentlich von aber vielleicht auch nicht mal gucken hm pieps äh zwölf kaliber und tanzern drin ne ok ok ja hm sonst geht es gut und sonst geht es gut haha äh äh ja jetzt haben wir da noch eine Wege da unten da unten da 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 ok äh ich könnte wetten der schmeißt da mit Gas oder so äh wo komme ich denn hier wieder runter ach da diese Ecke hier die Häuser da oh hallo wir haben Besuch äh ich habe weg ich habe weg au moment hallo hundi hat hier nichts für mich dabei ja aber da hat einer wieder hier Dings gemacht ach geil wo kommst du denn jetzt wieder her äh nein auch nicht ähm so und da ist noch eine so so hat das Ding was ach nur Stahl na natürlich vorbei du alle Drohne hier fahren keine Autos aber Drohnen hier fahren keine Autos aber Drohnen naja auch nix ok äh hatte ich dich? hatte ich dich? äh gut eigentlich eine schöne Gegend hier aber wenn die Drohnen nicht wären äh ja wird noch schöner hm kurz nachladen äh komm aufmachen hier sit hm 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 85 hier war ich noch nicht hier sind die Türen zu und das Klo ist unten sonst hm Nixe, hier ist nixe, 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 der macht der nixe, okay, ähm, fahr ich nochmal oben, hier unten ist auch nixe, geht es hier zum Keller, nein, okay, zwei, zwei Uhren, warum auch immer, eine reicht doch, würde ich sagen, bam, 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 hier sind auch zwei nebenan, eine reicht doch, das Haus der Uhren, das Uhrenhaus, oder wie auch immer, äh, ne, ich will keine Sonnenbrille aufsetzen, das ist doch, irgendwie, ne, okay, gut, ja, so, Kati ist im Katzenklau, so, und ich gehe dann an die Frise Luft und sage dann, äh, jetzt knapp 40 Minuten erstmal, danke fürs Gucken, und dann, ja, muss ich, ne, bis zum nächsten Mal, ich starte dann wieder bei mir irgendwo anders, oder hier, ich muss mal gucken, wo, ich mache jetzt erstmal Ausfahre, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.